Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Left 4 Dead 2 mit meinen Gästen, Medic, Rocky und Sky. Servus. So, mein Name ist Esperto, herzlich willkommen. Wir sind immer noch bei Blutdurst. Wir hoffen, dass wir leben. So, Medic und ich. Da bin ich. Ich lebe! Weil ich am Atmen bin, bin durstig, wenn du das Wasser bist. Werbung. Das ist keine Werbung. Wir befindest eine Werbung. Gleich Werbung für Songs, Wew achter extra. Aus. Werbung lassen? Hoch, 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 Wateroniai. Ich war's nicht. Nur die, die Lichtern haben. Geh weg! Ich muss mich auch kurz heilen und dann schnell den Medik-Hip nehmen. So, dann legen wir mal los. Oh mein Gott, wo sind wir denn hier? Medik. Wir spielen diese Map zu selten. Medik. Was machst du da? Ich weiß es nicht. Ja gut, ich nehm die Funnel. Ich weiß es nicht. Die sind immer so die Sätze bei Medik, wo ich hundertprozentig weiß, es ist nichts normales. Hier ist ne Lampe. Die ist aber nicht an. Meine auch nicht. Hi! Die Treppe runter! Runter! Ey! Bleib ich halt hier? Ich bleib geschlagen! Ich weiß nicht, woher. Ich hab Sky ausgesperrt. Ich bin ein Feuerwehrmann! Oder eingesperrt oder wie auch immer. Ich hab mal Evo-Tab. So. Fuck mit. Front. Hm. 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 Oh Gott. Ach, die gehen alle auf Medik und schon hab ich Ruhe. Hey! Hey, du hast einen Fick gelaufen, das hier. Hey, du hast einen Fick gelaufen, das hier. Oh, da muss ich mal zoomen. Oh, da muss ich mal zoomen. Boah. Nee, ich bekomm einen Roppelzimmer. Ich bin nicht! Ich bin nicht! Ich bin nicht! Ich bin nicht! Das ist Geico einfach wie der Fall so klong. Nach unten! Geht da! Geht da! Nach unten! Nach unten! Nach unten! Nach unten! Auf die Pumpe! Auf die Pumpe! Hey! Oh mein Gott, ich hab ein kleines Problem hier! Oh, da ist ein Schaper! Wer bist du denn? Ah! Da oben! Ja, ich geh mal hier oben raus. Ist klarer Quatsch hier durch das ganze Haus zu laufen. Und meistens sind die Zombies nicht schlau genug hier hinzukommen. Hey! Da vorne bin ich gestorben! Ja, ja! Oh, da hätte man auch... Oh, okay! Ich wusste nicht, dass man auch über den Waggon hätte gehen können. Ich geh immer über den Waggon. Da! Opa! Sky, komm raus! Ich kann dir hier nicht weiter helfen. Hier vorne! Direkt bei mir! Komm zu mir! Sky! Durchs Fenster! Durchs Fenster! Da! 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 Da vorne! Ey, so blöde Henne! Du bist Henne, ey! Alles muss man alleine machen. Hi Boomer! Danke, du hast was gut! Sky, also wenn ich jetzt wirklich weg schlicht oder so, ist das wirklich viel hellsig? Ja doch, komm doch! Ich kann jetzt auch hoch beten zu dir! Oh, wie gut, wie gut, wie gut! Oh! 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 Oh, ich geh da nicht über den Schirm! Ich geh da nicht über den Schirm! 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 Ist klar, du hast Medik aus der Gefächt gesehen! Ich bin hingefallen! Ja, sorry! Ja, ich habe ihn aus Versehen. Das ist ein Hunter. Hallo Hunter, hallo. Das fängt immer komplett neu an, wenn ich irgendwie gestraben werde, aus irgendeinem Grund. Ich glaube, das ist wieder mal so eine Fail-Nake von Esperto. Tanks in die Leiter. TANK! Au, au, au. Hey,asten! Geh weg, geh weg, gehr weg, gehr weg, gehr weg! K Doch, nee! He— も, Addick! Versuchte, ihr zu zerschneiden... Händer mir! Down, 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 down début under the Ooh、 Down, down . Ich denke, du wäre es jetzt tot, wenn ich dich nicht geheilt hätte. Na, ich weiss nicht! Ja, da vorne ist das Safe-House, yay! Hunter! Boah, hab ich mich erschrocken. Ich hab mich erschreckt. Warte, furcht. Oh, da hinten kommt noch ein Buch. Hallo? 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 Hey, ohne Beleidung. Das ist ne Frau. Komm rein. Mach die Tür zu! Der ist so tödlich, der Junge. Da war doch ein Spot. Da ist ein Rocker! Prima. Das war ein weiteres Let's Play Left Ballet. Zwei mit meinen Gästen. Rocky! Yo! Sky! Tschüss! Und Medic! Bye-bye!